So, weiter geht die Elektro-Busel-Jagd. Ähm, das sieht aber gefährlich aus. Oh Gott, hier ist das Blitzwasser. Kann ich damit in mein Boot rein? Ja! Ah, wir haben es. Das nächste reicht mir am besten auch so. Wasser. Hier könnte noch was sein, aber... Gehen da erstmal hier hin. Ich weiß nicht wie viele es sind. Sollen 95 sein? Den haben wir jetzt. Naja, fast alle. Warte mal, das müssen wir auch. Gott. Ich bin nicht ganz schön. Können wir jetzt weiter. Wir haben ja noch auf den Weg. Sch ich bin. Oh Gott, jetzt. Oh, nix hier ist so wichtig. Ja, sind noch Spliff. Wir wollen uns alle. Es gibt aber für ein paar wahrscheinlich nur... Oh, da war 96. Wenn wir dann 100 haben, dann gehen wir mal... Ich weiß nicht, welche Stufe wir haben müssen dafür. Aber ich glaube, 17 wäre optimal. Vier Stufen reichen aber nicht. Ich würde schon gerne alle in der Kalkulusser sein. Bevor ich sie abgehe. Okay, ich weiß wie man da rankommt. Hm? Ist doch nichts. Du da mal rein. Hm? Hm? Ach, der ist im... Oh, lol. Ey, seid mal im Wasser, was? Ja. 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 Schon war dann drin nicht einer. Nee, Quatsch. Oh, hier ist ne... Hier ist ne Quest. Geht. Jetzt noch ein ... Ich bin aufmerksam. Ich bin aufmerksam. Ja. 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 Das war's für mich. Vielen Dank. Das war's für heute. Ah, wahrscheinlich wieder mal oben. Deswegen sieht man es nicht. Man kommt ja erst zu Gesicht und... Oh, nice. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das wird lustig, da raufzuklettern. Das war's für heute. Das war's für heute. Kann man hier auch noch auf einen normalen Wege hin? Das stimmt. Ja, mit Kästchen kann man wirklich da was machen. Ich tue mich da voll schwer. Ja. Dann klettern wir erstmal hier hoch und schweben. Woher das nicht reichen wird. Wir klettern im Shogun aufs Dach. Damit er uns anhört. Ich tue noch weiter oben. Was? Was? So, wie soll denn das jetzt gehen? Oder da drin? Ja. 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 Hiha. Hiha. Zu. Ja. Ma太. Schock dates. Alter. Wieso habe ich denn hier? Unseren Schongli Nicht Nicht N-n-n-n Nicht Nein! Ach verdammt! Ah man. Das ist ein ernst kichier. Ja. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist das? Ich weiß nicht. Nein, das war alles. Das war alles. Das war alles. Wow. Ah, das könnte gehen. Nein! Ach, verdammt! Nein! 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 Aber wo machst du es hin? Man kann auch nicht zielen damit. Wenn man versucht, macht man nämlich was ganz anderes. Ach, vielleicht reicht das ja auch. Ha! Caging Beste. Was jetzt? Oh, der. Ja, das war das. Ja, das war das. Ja, das war das. Oh Gott. Manchmal möchte ich die Entwickler einfach nur verhauen. Aus bestimmten Gründen. Nein! Nein! Schwert! Nein! Nein! Stopp! Nein! Mein Loot! Der ist einfach weg, ne? Das war zwar wertlos, aber... Das war Loot. Ich darf echt Fischl's Fähigkeiten nicht vergessen. So. Ich seh schon. Ich brauche Selien. Drei Stück und all das sieht nicht weiter auseinander. Okay, nochmal zurück. Die erste Serie ist in der Nähe von hier. Oh, die bewirken auch nicht. Ich resse. Ich bin wirklich. Ah und. Ah, ich bin echt. Ich bin echt. Das ist einfach. Ich bin echt. Anfangsperre. Dass ich zurückkeh'n. Das war's für mich. Geht's? Das ist ein Squat. Wieso habe ich da oben eine Kiste? Hä? Ach du willst mich doch verarschen! Okay, dann kann ich den noch nicht machen. Es sind dann sozusagen zwei, die ich noch nicht machen kann. Wie viele haben wir denn? Wenn wir 100 haben, dann gucke ich mal, ja, am 100 gucke ich mal, ob die Stufe jetzt reicht. Steigen wir gleich mal vier Stufen hier. Oh heilige Sakura! Die Stufe 3 reicht einfach nicht. Sammeln wir nochmal 100, um Stufe 13 zu haben. Okay, wie viele brauchen wir denn für Stufe 17? Sammeln. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 So, wieviel brauchen wir denn noch für Stufe 17? 25, 50, 100, 150, 200. Okay, sammeln wir 200 und dann... Es dürfte nicht zu schwer sein, 200 von diesen... ...Dingern zu sammeln. So, 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 so... Was bekommt man eigentlich, wenn man hier beatet? 5 Elektro-Siegel... 5 Elektro-Siegel... Und Schlüssel... Ich wollte eigentlich alle auf einmal ausgeben... ...Siegel... 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 ...J god... ...Jруз... ...IRIS- tight... ...Dingern von... ...IFA... Ein Fahrtruhe, ein Fahrtruhe Ein Fahrtruhe Also kann man den doch schon mal sammeln Hier sind 200 In diesen Segen sammeln Da kommen wir da rein Von allen anderen Dingern Da ist ein Boot Vielleicht kann ich mit Mona Das ist eine Sache Aber dann können wir hier Anja Für mich wicke Wir nehmen Das ist so ein Wicke 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 ich glaube aber monat seit dann kamen wir überhaupt hin Da ist übrigens auch ein Schatz. Das ist ein Schatz. Das war's für heute. Das ist mir schon mal süß. Bevor ich da runterspringe und merke, oh, bin doch falsch. Lass mal ein Bild machen. Aber ich glaube es ist also, dass ich da runter muss. Ja, jetzt ist es noch mal in der Klappe. Ah, unter mir. Okay, hier ist ein Rätsel und so ein Schatz. In Sachen Rätsel und so ist es genau wie... Wie ist das? Ich habe nur noch... ... 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 Und das Elektrokulus gehört mir. Und das ist das Elektrokus. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Ach man, diese Dinger sind manchmal richtig merkwürdig. Ach komm, willst du mich verarschen? Ach, das ist so. Oh, kiegelzul. Oh, kiegelzul. Oh, kiegelzul. Aber hier ist noch etwas Interessantes, da würde ich mich noch mal umsehen. Der Ernst ist natürlich auch etwas. Ich habe tatsächlich schon wieder 49. Oh, wenn ich Glück habe, dann kriegen wir das Glück. Ist das Ding da drin oder da draußen? Oh, dann wird es erst sichtbar, wenn ich das hier mache. Oh, das ist das Ding da drin. Oh, das ist das Ding da drin. Aha, so ist das Ding. Wow. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Es fehlen uns aber noch 5. Fehlen uns wirklich noch 5? Haben wir 90? Ne, haben wir nicht. Ah, da ist der 6. Ganz schön abseits der Gute. Ganz schön abseits der Gute. Hier. Aber ich muss auch noch Yakuza, Kiwami weiterspielen. Ich glaube, da kümmern wir uns erstmal darum, dass wir das auch endlich durch haben. Weil ich brauche Parts. Zumindest genug Parts, die den nächsten Monat dann reichen. Zumindest genug Parts. Ich geb die halt noch nicht ab, weil ich genau weiß wie viel wir haben, brauchen, also brauchen. Und ich hätte gerne schon die Anzahl, die ich hab, zu Gesicht, deswegen geb ich die auch noch nie ab. Und ich will sie auf jeden Fall alle auf einmal abgeben. Leider brauchen wir Stufe 17, d.h. wir brauchen noch 200 Segel, oh liebe Kamaula, da sammeln wir Drohnen, aber das machen wir. Ich denke mal, ich werde mal gucken, dass ich Genshin eine Zeit lang immer so am Tag spiele. Um mal Sachen zu sammeln, vielleicht eine Storyline spielen. Heute will ich ja auch noch die Yoimiya-Storyline wenigstens anfangen. Ich glaube, so um 20 Uhr fangen wir Kiwami an, ha? Wo schwimme ich eigentlich hin? Das heißt, selbst wenn wir die Yoimiya-Storyline noch nicht durch haben, die sind halt wirklich immer kurz. Aber ich muss sagen, die Hauptstory, das erste Kapitel, also eher gesagt, der erste Akt des zweiten Kapitels, so und so und so, war schon recht lang. Aber leider auch nicht so interessant. Und um den zweiten Akt anzufangen, müssen wir auch, ähm, müssen wir auch, ähm, Yoimiya-Storyline durchziehen. Und ich hoffe, man kann sie spielen, damit wir wissen, so ungefähr, das kommt auf uns zu. Das wäre schon cool. Bis jetzt konnte man in Legenden auftragen, immer den Charakter spielen. Der Charakter, spielerisch steht da ja schon fest. Der kommt halt nur erst offiziell demnächst vom Banner. Und es ist mir egal, was in den Banner danach kommt, darauf müssen wir dann halt verzichten. Ich will Yoimiya. Und ich glaube, ich wäre sogar bereit, ein bisschen zu investieren. Und ich denke mal, es würde nicht viel. Hoffe ich. Dich Hutau habe ich auch nicht bereut. So, wie kommt man denn verdammt nochmal dahin? Ach, Caging. Unsere Caging machbar. Was für Liz Beidou ist es für mich die Caging? Ah! Nur ich mag halt einfach ihren Stil und Beidou-Stil mache ich auch so. Den spiele ich auch. Kann ich, kann ich meine Fähigkeit da nutzen? Das ist ja noch zu. Oh! Wissen Sie sind ja danach bereit. Und ich werde demnächstIAN Banner. Wie geht es hier? Wo ist das für dich? Ich bin, dass du da auch hierher konzentrieren. Ich bin hierher... Ja. Was haben wir von Ihnen gemacht? Aber wo ich Keqing gesehen habe, das erste Mal im Spiel, war mir klar, die will ich haben. Keqing ist das doch nicht schlecht. Keqing ist das doch nicht schlecht. Keqing ist das doch nicht schlecht. Den hier zum Beispiel können wir noch nicht holen und es gibt noch einen den wir noch nicht holen können. So damit ich auch weiß dass er das ist mit den Level 17, die holen wir uns dann wenn wir das, wenn wir költen. So was ist mit dem hier? Jetzt fehlen uns fünf. Eins, zwei, drei, vier, wo ist denn der fünfte? Ach da oben. Ich geh mal hier hin. Okay. Okay. Unabhängig... Hier gibts Schütze. Oh, da bewacht jemand den Schütz da drin. Ist mir aber egal. Ich will den Schatz nicht. Noch nicht. Wir holen uns den Schatz. Wenn die Zeit reif ist. Wenn die Zeit reif ist, holen wir uns. Dann machen wir erstmal die andere Kiste. Hier sind so viele Wunenwächter. Ich glaube hier farme ich, wenn ich sie brauche. Wenn die Zeit reif ist. Wenn die Zeit reif ist. Wenn die Zeit reif ist, ist die Zeit reif. Wenn die Zeit reif. Wenn die Zeit reif. Wenn die Zeit reif, machbar die Zeit reif. Dann schau mal. Ich denke, der Zeit reif. Ich glaube, die Zeit reif und die Zeit reif. Das war's für mich. So dann nochmal rauf in den Dungeon Das hatten wir nicht, ich muss dafür da durch Ich bin ein Wunder Ich bin ein Wunder Ich bin ein Wunder Obwohl... Alter, das ist eine einfache Droh, die hier irgendwo demarkiert... Ich glaube, ich brauche ein Video dazu. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe eine falsche Drohlelein. Es ist noch eine Drohlelein. Okay. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.